Kennst du schon mein kostenloses Online-Orakel? Die Engel beantworten deine Fragen und das tun sie von ganzem Herzen gerne. Und heute möchte ich dir ein bisschen erklären, wie du mein Gratis-Kartenleger oder Gratis-Online-Orakel für dich nutzen kannst. Ich grüße dich ganz herzlich hier bei Engel-TV und ich möchte dir heute mein Gratis-Orakel mal ein bisschen erklären und erläutern, wie du es richtig bedienst. Mein Name ist Udo Wolfmann, ich bin Autor für spirituelle Literatur, solange ich denken kann, im Kontakt mit den Engeln als Hellseher unterwegs. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, Bewusstseinscoach zu sein und dir zu helfen, mit den Engeln ein positives, selbstbestimmtes Leben zu geben. Mein Gratis-Orakel ist ein Teil dieses Systems und das ist ganz, ganz wichtig. Dieses Gratis-Orakel kannst du für dich jeden Tag nutzen, das solltest du tun. Du kannst die Engel einfach nach dem Aufstehen oder wann auch immer du dich an den Computer setzt und auf den Link klickst, hier im Beschreibungstext oder hier unter dem I, da findest du meinen Gratis-Orakel, da kannst du jeden Tag fragen, liebe Engel, bitte sagt mir, was ist heute wichtig für dich und was ist am heutigen Tag wichtig für dich? Und dann gehst du einfach nach deinem Gefühl, fährst mit der Maus über die Karten, ganz sanft, ganz sanft drüberfahren mit der Maus und dein Gefühl wird dich leiten, welche Karte du heute ziehen möchtest. Es gibt auch den Button neu mischen, wenn du das Gefühl hast, die Mischung stimmt nicht, dann klickst du einfach. Und dann auch, dann werden die Karten neu für dich gemischt. Genauso kannst du aber auch jede Frage stellen. Du kannst zum Beispiel die Frage stellen, ist es heute richtig, mit einem geliebten Menschen anzurufen? Ist es heute richtig, dieses Treffen stattfinden zu haben? Ist heute ein guter Tag für einen neuen Vertrag, für ein neues Projekt oder was auch immer du die Engel fragen möchtest? Jede Frage, die du kommst. Die Regel ist, umso klarer du deine Frage stellst, umso präziser ist die Antwort. Du wirst überrascht sein, wie klar und deutlich die Engel deine Fragen beantworten. Schreib mir mal in die Kommentare zu diesem Video hier, welche Antworten du erhalten hast und wie du mein Gratis-Orakel erlebt hast. Nutze die Kraft dieses Gratis-Orakels. Ich freue mich, wenn es dir gefällt, dann gib diesem Video einen Daumen nach oben. Und wie gesagt, schreibe mir, was dein Gratis-Orakel dir gesagt hat. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute, eine wundervolle Zeit. Gott segne und beschütze dich. Licht und Liebe, euer und dein, Ute Wolfmann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.